Willkommen zu meinem Video, heute Trainspotting in Roblox Ja, ähm, ich habe bereits ein Video aufgenommen, ich war nur zu blöd bei den Kopfhörern Mikros zu aktivieren, also das muss auch gelernt sein, finde ich. Es war einfach nur Blödheit, habe es nicht bemerkt. Hätte ich eigentlich schon gemerkt müssen, wo ich über Discord mal vor ein paar Tagen geredet habe, aber egal. Ja, hier, wir sind in Sandopto, oder wie er auch immer ist, ich kann mal kurz gucken. Sandoptoce, oder so wie nicht. Ah, guten Tag. Eine Potpist, geil. Das Dampf raus. Ich erwarte die Abfahrt. Äh! Ja! Untertitelung des ZDF, 2021 Und wenn ich hier auf die Signalbrücke? So. Nimm bei, das spielst du noch in der Alpha. Aber schon geil. Allein schon von der Grafik. Ich will mal was probieren. Ich will mal was probieren. Alter, meine Güte. Gut. Jetzt war's an der Stelle auch mal wieder komplett. So. Wir gehen nach Dokmuiden. Zugdurchfahrt. Zugdurchfahrt. So. 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 teleportiert man sich. So. 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 die log kann maximal 105 und der schnellste kann maximal 110 ich glaube die triebwagen können maximal 160 140 glaube kann der vt 11.5 der deutschen bundesbank kurz db ja und jetzt von werben Dampfen jetzt maximal durch die Landschaft mit maximaler Geschwindigkeit. Dampfen jetzt mal. 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 Oh. Dampfen jetzt mal. Dampfen jetzt mal. Dampfen, 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war Lush. Vielen Dank. 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 Ja, das war's jetzt mit dem Video.